Brava, brava! Wir kennen nicht so viele Leute. Egal, die Leute, was denken sie? Oh, sie macht ein Video! Und ich sage, ich habe sie total abonniert, hast du? Ciao a tutti ragazzi! Ich bin hier mit Tobias. Sie vergangen, weil wir im Zentrum fast ein sacco di gente. Ich finde... Ok, Tobias, ich erkläre dir ein paar Dinge. Ok, ja. Während ich bin hier gekommen... Ja. Ja, zu viele Leute. Ich war bei der Ampel und ein Mann in einem Auto hatte halb Bad. Halber Bad. Verstehst du? Halb? Bad? Ja. Was heißt das? Bad? Bad, Tobias? Bad. Ja, ein Bad. Ein Bad. Ein Bad. Nur das Gesicht. Simbrat. Simbrat. Und jetzt? Was hast du gerade gesagt? Simbrat. Simbrat. Muster. Sport Arena, weißt du, das geht gleich zu? Geht gleich zu. Sie machen viele Rabatte jetzt. Sie macht zu, sie geht weg. Hat Philipp erklärt? Philipp? Ja, Philipp weiß alles. Oh, Philipp weiß alles. Ja. Ja, okay. Und jetzt, wir gehen einkaufen, Klamotten und Jeans. Jeans? Jeans. 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 Jeans, klar. Aber jetzt muss ich einen Currywurst kaufen. Ein Currywurst für Tobias, ja. Currywurst. Tobias ist gar nichts. Tobias ist in der Recherche von Currywurst. Currywurst! Wo bist du? Ich habe die Unterschiede nicht gesehen. Du hast deine Haare geschnitten. Wow. Wow. Sieht wie gestern. Oder wie vor zwei Stunden der Schule. Vor zwei Stunden der Schule? Ja. Ja, die Seiten waren ja auch nicht lange. Ja, aber nur für das kann ich auch schneiden. Kann ich auch schneiden. Wenn du mal Haare schneiden? Wie ich kann das? Kannst du mir die Maschine geben und ich mache das? Für fünf Euro nur. Fünf Euro nur. Fünf Euro nur. Fünf Euro nur. Für zero Euro. Zero? Zero. Mach ich dir die Haare einmal weg. Mach ich gerne. Habe ich sogar Spaß da. Magst du nur meine neue... Dann mache ich eine Schlomo. Über dich. Sagt man in Italien nicht guten Appetit? Zara? Zara. Zara ist teuer für mich. Ich bin poor. Na dann. Wie sagt man poor auf Deutsch? Ich bin arm. Arm. Ich bin arm. Oh, ich möchte. Ich habe ja das gleichfinische was cool gefunden. Warte, was ist denn? Hose. 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 Oder Hose. Oh, guck mal das ist schön. Das ist cool. Das ist cool. Hose. Ich will mich nicht halbieren. Das mit Löcher. Guck mal. Bezahlt. Fünf Euro für eine Hose. Die für Kinder ist. Und da ist... Hier hat jemand drauf gemacht. Ja. War der berühmt, der da drauf gemacht hat? War das Kanye West? Hat er drauf... Ja? Cool. Nein, habe ich das gemacht. Lorenzo Breit. Aber warum kostet dann... Das ist wirklich... Papagei? Ja. Papagei. 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 Was ist das für eine Hose? Video. So, du kannst... Total. Vormodisch. Was ist Mafia? Mafia? Das ist das. Das ist Mafia. Warte? War das so eine Zigarette, so das so Mafia sei? Das ist Mafia. Warte? War das so eine Zigarette so, das so Mafia sei? Warte? Nein, ich muss nur den Ecklern. Okay, rein. Ja. Lachschen... Kaufst du? Nein. Das ist gut. Tobias wollte diese Pantäne hier kaufen, mit einem Bucolat. Aber ich habe sie verloren. Ich habe sie nur ich. Warum? Ich die Hose immer so. Du weißt nicht, ich die Hose nicht mehr so. Oh? Anni? Ja, aber sie sind gut. Tobias wollte diese Pantarone hier, mit einem Buch da. Aber ich habe sie abgeholt, also ich. Ja, gut. Aber warum kopierst du nicht? Warum? Ich die Hose immer so. Du weißt nicht. Ich die Hose immer so. Wie lange brauchst du? Ich möchte auch diese. Aber welche hast du gekauft? Die habe ich auch. Nee, welche sind mit vielen Löchern? Ja. Oh, kack. Okay, aber... Ich zieh die nicht mehr. Nee? Ich würde die einfach neu kaufen, weil die ist kaputt bei mir. Nimmst du das weg? Ne? Nimmst du das weg? Kannst du nicht mehr probieren? Nee. Aber nicht sind die nicht die gleiche. Guck. Nee, ich habe die hier zu Hause. Aber die sind kaputt, hast du gesagt. So, darf ich es probieren. Ja, ich habe nur ein Loch. Nein, nein. Und diese auch. Ja? Ich bin ein Loch. Ich bin ein Loch. Ja? Ich bin ein Loch. wenn wir raus ich weiß es ist zu warm hier was bedeutet das was bedeutet das diese kamera abmacht alles so handy gehen wir raus t-shirts wir brauchen nicht ich brauche deine rucksack viele koste herrschen 90 jaja ein hundert ne da oben auf geht's nach italien klaus du klaus du die linke nimmst du raus und bist du crazy italien hast du fans von uns auch guck mal wieder zehn euro handen diesel sagt 70 sieht man dich auch die fans lieben dich die fans lieben mich ja und ich mach dich nur auf die video so ich kriege viele aufrufe klickbait ja machst du tobias tobias nein tobias du bist cloud tobias cloud cloud bei bei einem laden im bonn zentrum und ich nehme deine foto siehst du was das ist mit alle die dinge mit weißt du was das ist ja wo gehen wir jetzt tobias ähm wann ich glaube wann ich darf nach hause gehen und diese video bearbeiten du darfst dir ganze zeit mal ausgehen ne aber du musst das hosen kaufen was hast du gesagt was hat dir gesagt ich habe keine ahnung was er gesagt und dann er hat bestimmt gedacht du bist ein youtube star ja danke youtube star total youtube star naja schulz 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 und in spanien sagen die äh bovio bovio ja also spielen wir nicht auf mallorca wenn wir techno tanzen na ja es wird technotanz ja ich möchte tecno tanzen ha 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 mambo mambo namo mambo tango mambo kannst du bongo schreiben für lorenzo finito tutto finito tutto finito Ah, morgen Schule, schade. Schade. Aber dann Karnaval. Und dann was machen wir? Karnaval? Feiern! Nessuno, mir rubate la bici! Kannst du abschließen? Rote! Nein, nicht da! Hier! Zwischen! Habe ich doch gerade kümmer? Nein! So geht nicht weg! Sag tschüss zu deinen Fans! Aber ganz laut! Ciao! Schon wieder? Nein, mach ich doch nicht!